Hallo Leute und herzlich willkommen zu der Beta von Battlefield Hardline. Ihr bekommt ein Let's Play von 5 Parts hierzu. Ich hab jetzt 3 gezeigt. Und zwar spielen wir einmal Überfall, irgendwas mit Dings hier und Eroberung. So und da sind wir ja auch schon in-game. Und ich spiele mal wieder mit den MG-Anime der richtig geilen Bumme hier. Na? Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ups! What the fuck Ich komm von hinten Schwuchtel Was hast du denn drauf Verbrecher Okay Achso Na 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 Niemand fickt mir du Jürgen Yo na da kommt jetzt was kommt jetzt was merkt es ist eine beta weil hier ist schon noch vieles buggy und so ich sehe so viel wie im bullshit was boah ne spaß die will ich haben wieso zum teufel tut man auf eine spaß ein zielvisier das würde ich gerne wissen wieso oh ich muss mir kurz hier rein ein ja NEN! Fucker! Mano... Oh, Mann. Falsch. Jetzt. Jetzt. Oh, nichts getroffen. Wie bitte? Ich steh dahinter. Sicher. Stell dich, der mich aufs Dach, weil ich scheiße bin. Fixer. Lass mich doch mal hier hin. Lass mich doch mal. So, jetzt. I dis. Nein! Ah du Fucker! Hm, ich spiel gut. 0-4! Wieso nicht, ne? Ich will mit meiner Spaß was reißen. Puh. Alter. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Okay, ich bin fertig. Ohhhhhhh Mennoo Was hat... Mensch wir präzendie Lass mich beitreten, lass mich beitreten Wuff Shiiiit Jo Würde ich mal sagen Spielen wir dann gleich noch ein Röntgen Also bis gleich